25. Spieltag in der BBL. Die Kreisheimer nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie empfangen die Göttinger, die ihrerseits drei Spiele in Serie verloren haben. Wer also beendet seinen Negativlauf? Den besseren Start, den haben die Göttinger in dieses erste Viertel. Aber dann Leo Westermann mit all seiner Erfahrung. Schwerer Wurf, einbeinig ihm nach hinten fallen. Ein Hauch von Dirk Lovitzki in der Arena Hohenlohe. Elias Baggetz, der wirklich gut in den letzten Wochen spielt, übernimmt die Children's Minuten, übernimmt Verantwortung mit den wichtigen Punkten für Kreisheimer. Die frühe Führung, zehn Zähler, Ende erstes Viertel. Aber da ist doch noch Umoja Gibson und da ist natürlich auch David DeJulius. Der Schlusspunkt dieses ersten Viertels, 26 zu 19. sind die Kreisheimer mit einer Sieben-Punkte-Führung nach den ersten zehn Minuten. Im zweiten Durchgang wird es ein bisschen holpriger. Olivier Foucault, der Trainer der Göttinger, muss nach zwei technischen Fouls direkt runter. Zu sehr beschwert und damit ab in die Kabine. Die Kreisheimer mit knapp der Nase vorne und dann Keandre Cook taucht unterm Korb durch. Ganz viel Spin obendrauf. 45 zu 40 im zweiten Durchgang. Das war das Ende und damit rein in die dritten zehn Minuten. Aber viel Scoring gibt es nicht. 10 zu 8 gewinnt Göttingen dieses dritte Viertel und damit gleich rein ins vierte Viertel in den Schlussabschnitt. David DeJulius mit Zhugic. Lange nichts zu sehen, aber dann kommt der Schütze. Die Mikrowelle von der Bank bei Göttingen. Und es wird immer knapper. Das ist Enzminger. Enzminger mit dem End-One kann die Führung vielleicht sogar erzielen von der Freiwurflinie. Aber den Bonus-Freiwurf macht er nicht rein. Im Nachgang dann direkt der Dreier von Enzminger. Und die erste Führung seit dem ersten Viertel für Enzminger. Sechs Punkte und die Göttinger. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viel Fust fällt ab, nachdem überhaupt nichts gelaufen ist bis hierhin für die Gäste. Aber Keandrick Cook mit der Antwort. 66, 66. Die Kralsheimer lassen sich nicht abschütteln. Sie zeigen Herz, sie zeigen Kampf. Und sie bleiben in dieser Partie. Die letzten viereinhalb Minuten wieder. Keandrick Cook, der Topscorer in dieser Partie mit 24 Punkten und 11 Rebounds. Das Double-Double. Die letzten zwei Minuten. Schilinzsch mit dem Ballverlust. James Murray, Bowles mit Kontakt, macht ihn rein mit links. Und Kralsheim setzt sich wieder ein bisschen ab. Es gibt wieder Hoffnung. Wird es doch noch der fünfte Saisonsieg für die Kralsheimer. Schugic wieder hoch abgelegt. In der Schlussphase ist er da. Aber Kralsheim hat weiter die Nase. Vorne Leo Westermann. Auf. James Murray. Bowles macht es wieder mit der linken Hand. Wieder mit Kontakt. Und das muss es doch endlich gewesen sein. Oder? Fragezeichen. Es ist so. Der fünfte Saisonsieg für die Kralsheimer. Und damit ziehen sie gleich mit Heidelberg. Und nächste Woche gibt es das Duell im Keller. 17 gegen 18. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.